Du liest und hörst oft, auch bei uns im Kanal, dass so ab 5 bis 8 Prozent die Klickrate gut wird und du wunderst dich, dass du in deinem Konto teilweise eine Klickrate von 1 oder 2 Prozent siehst und bist mega erschrocken darüber, dass die so gering ist. Bevor du denkst, dass deine Keywords und deine Anzeigentexte nicht zueinander passen, zeige ich dir eine Kleinigkeit, die aber eine große Interpretationsänderung nach sich zieht, was du in deinem Konto mal checken solltest. Ja, damit herzlich willkommen. Ich bin Christoph Mohr und in dieser Folge wollen wir einmal schauen, was kann denn ein Grund dafür sein, warum die Klickrate so gering ist. Und gehen wir mal einen kleinen Schritt zurück und ich habe es in der Einleitung schon gesagt. Im Durchschnitt kann man sagen, dass eine Klickrate, wenn man eine Suchkampagne auf Google startet, ja so bei ungefähr 5 Prozent Minimum, wenn nicht gar sogar 8 Prozent und mehr liegen sollte. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Das hängt davon ab, auf welchen Keywords schaltest du deine Anzeigen. Sind das jetzt eher markenbezogene Keywords, also haben die etwas mit deinem Unternehmen zu tun, was auch durchaus bekannt ist, oder sind das sehr generische, sehr allgemeine Keywords? Also sagen wir mal, du bietest Handys an in deinem Online-Shop und du bietest eben deine Anzeige auf dem Keyword Handy an. Dann ist die Klickrate natürlich geringer, als wenn jemand direkt nach deinem Unternehmensnamen googelt und dann deine Anzeige sieht. Das sind so grundlegende Dinge, die du dabei natürlich auch immer betrachten solltest. Aber gehen wir in diesen eher allgemeineren Bereich hinein, dann ist wirklich so eine Klickrate zwischen 5 und 10 Prozent in einer Suchkampagne für die Google-Suche tatsächlich auch das Ausschlaggebende. Jetzt haben wir öfter mal Kunden, wo wir dann eben reinschauen, wo wir natürlich am Anfang auch eine Analyse machen, wo wir also einen Blick ins Konto werfen und sehen, die Klickrate liegt da irgendwie bei einem Prozent oder zwei Prozent. Und dann müssen wir natürlich mal ein bisschen tiefer schauen und analysieren, liegt das jetzt tatsächlich an den Keywords und den Texten? Also sind vielleicht auch die Anzeigentexte einfach überhaupt nicht gut geschrieben, sodass die halt bei den Nutzern überhaupt kein Interesse wecken, darauf zu klicken? Oder gibt es einen anderen Grund? Und diesen anderen Grund möchte ich dir in diesem Video mal näher bringen und das kannst du innerhalb von wenigen Sekunden in deinem Konto jetzt auch gleich mal selbst checken. Für den Podcast beschreibe ich das so, wie man klicken muss. Wenn du dazu das Bild noch sehen möchtest, dann findest du bei YouTube im Kanal Master of Search das entsprechende Video dazu, wo ich dir das dann auch im Konto zeige. Kommen wir einmal kurz zu dem Hintergrund, was eben noch der Grund sein kann dafür, dass du eine geringere Klickrate auf der Kampagnen-Ebene hast. Und zwar gibt es in einer Suchkampagne ja standardmäßig die Optionen, dass du eben nicht nur in der Google-Suche Anzeigen schaltest, sondern auch bei den sogenannten Suchnetzwerk-Partnern und im Display-Netzwerk. Ich zeige dir das einmal in dem Konto in einer Kampagne. Und zwar gibt es in den Kampagnen-Einstellungen die Werbenetzwerke. Wenn du die Kampagne neu anlegst, dann hast du bei Google fast immer beide Häkchen aktiv. Das heißt Suchnetzwerk-Partner einbeziehen und Google Display-Netzwerk einbeziehen. Ich persönlich empfehle nicht, das Display-Netzwerk gleichzeitig mit der Suchkampagne aktiv zu haben. Wenn man das Display-Netzwerk bespielen möchte, dann empfehle ich immer eine separate Kampagne für das Display-Netzwerk anzulegen. Das heißt, dieses Häkchen auf jeden Fall rausnehmen. Das kann aber auch dazu führen, dass deine Klickrate einfach gering erscheint. Ob das so ist, zeige ich dir wie gesagt gleich. Aber stell dir einfach vor, das Display-Netzwerk ist ja im Prinzip ein Sammelsurium an Webseiten, die einen Google-Anzeigenplatz bereitstellen. Und die Nutzer sind nicht in dem Moment aktiv auf der Suche nach deinem Angebot, sondern sie sind auf der Seite, weil sie sich für ein Thema interessieren und sehen dann deine Anzeige. Ein paar sind davon angesprochen, weil du sie eben in dem Moment erreichst, wo sie sich damit beschäftigen. Viele aber tatsächlich nicht. Das heißt, im Display-Netzwerk hast du Klickraten meistens unter einem Prozent. Einfach, weil du da in dem sogenannten Push-Marketing unterwegs bist. Das heißt, du drückst eine Werbebotschaft in den Markt rein und hoffst darauf, dass dann jemand auch sich dem annimmt und auf deine Anzeige klickt und im Idealfall bei dir auch etwas kauft. So, die Such-Netzwerk-Partner. Das sind Webseiten wie zum Beispiel online.de, web.de, teilweise auch sowas wie eBay, Amazon und Kleinanzeigen. Ja, da können im Prinzip Suchanzeigen geschaltet werden, die auf Basis einer Suchanfrage auf der jeweiligen Plattform mit ausgeliefert werden. Und das ist dann eben auch nicht eine direkte Intention der Nutzer dahinter, dass sie eben bei Google nach einem Begriff suchen, deine Anzeige sehen und dann darauf klicken, sondern stell dir jetzt einfach mal ein eBay vor. Ja, du suchst nach einem Produkt auf eBay, bekommst erst mal diese ganzen Produktangebote, also Auktionen, Sofortkaufen etc. und hast vielleicht irgendwo weit unten Google-Anzeigen. Die sind für den Nutzer überhaupt nicht so präsent. Ja, und das ist auch nicht die Intention, dass die Nutzer da jetzt wirklich eine große Anzahl, also beispielsweise 10 von 100, dann darauf klicken. Ja, auch da ist die Klickrate sehr, sehr, sehr viel niedriger. Und das musst du einfach berücksichtigen. Wenn du die Such-Netzwerk-Partner-Einbeziehen-Auswahl hier aktiviert hast, dann ist das durchaus möglich, dass du gerade bei wirklich sehr generischen, sehr allgemeinen Begriffen viele Impressionen über diese Such-Netzwerk-Partner bekommst. Also auch da wieder das Beispiel Handy. Kannst dir sicherlich vorstellen, wie viele Tausende, wenn nicht sogar hunderttausende Suchanfragen, es beispielsweise auf eBay jeden Tag zum Thema Handy geben wird, wo deine Anzeigen eventuell geschaltet werden können. So, wie kannst du das Ganze jetzt rausfinden? Ich habe dir mal sowohl einen Screenshot mitgebracht, und zwar von einem Kundenprojekt, das wir betreuen, wo wir dann gesehen haben, oh, 1,07% Klickrate, das ist irgendwie extrem wenig. Das sollten wir uns mal genauer anschauen, denn das kann sein, dass einfach wirklich Keywords und Texte nicht gut abgestimmt sind und die Anzeigentexte auch miserabel geschrieben sind. Da gibt es aber eine Möglichkeit, indem du dir die Performance dieser einzelnen Netzwerke einfach einmal anschaust. Ich zeige dir das gleich im Konto für das andere Beispiel, was ich mitgebracht habe. Aber hier siehst du, aus den 1,07% Klickrate insgesamt für diese Kampagne, ist die Aufschlüsselung so, dass du siehst, die Google-Suche hatte 5,88% Klickrate. Aha, wir sind über den 5%, das heißt, das geht schon eher in dem Bereich der guten Klickrate. Dann haben wir Suchnetzwerkpartner mit 1,2 Millionen Impressionen, also einfach wirklich eine große Zahl an Impressionen und im Verhältnis dazu nur 4.000 Klicks. Das ergibt eine Klickrate von 0,32%. Dann haben wir noch das Display-Netzwerk mit 4,4 Millionen Impressionen und 30.000 Klicks. Das ist auch nur eine Klickrate von 0,7%. Wenn du jetzt das noch im Hinterkopf hast, was ich dir gerade erklärt habe, mit der Intention der Nutzer und wo diese Anzeigen ausgeliefert werden, dann ist dir sicherlich jetzt auch viel schneller bewusst, warum die Klickrate dann dort sehr viel niedriger ist als in der Google-Suche. So, und was macht Google eben auf Kampagnen-Ebene? Das ist halt leider nicht optimal gelöst, zumindest nicht, wenn man sich einfach mal die Klickrate auf Google anschauen will. Aber Google summiert natürlich einfach alle Impressionen und alle Klicks aus all diesen ausgewählten Werbenetzwerken für deine Kampagne. Und da werden dann in diesem Beispiel halt 6,2 Millionen Impressionen und 66.000 Klicks und das ergibt eine Gesamtklickrate von 1,07%. Genau, wenn du das weißt, dann ist das ziemlich simpel nachzuschauen und auch nachzujustieren, falls das eben sein muss. Und ich zeige dir das jetzt nochmal an einem Konto, wie du das dann auch entsprechend wirklich siehst. Und zwar habe ich mir hier eine Kampagne rausgesucht, die war vor langer Zeit mal aktiv, aber da haben wir eben auch genauso ein Beispiel, nämlich eine Durchschnittsklickrate von 6,22%. Und wenn ich mir das aber anschaue, dann hatte eben 6,87% die Google-Suche und 0,42% die Suchnetzwerkpartner. In der Kampagne war jetzt die Impressionszahl der Suchnetzwerkpartner nicht so hoch, dass das jetzt so richtig durchschlägt auf die Gesamtklickrate. Nichtsdestotrotz erscheint sie niedriger, als sie eigentlich in der Google-Suche ist. Und übrigens, wichtige Information am Rande, für die Qualitätsfaktoren und diesen Unterwert der erwarteten Klickrate zählt nur die Klickrate in der Google-Suche. Nicht Suchnetzwerkpartner, nicht Displaynetzwerk. So, das kannst du dir anzeigen lassen, so wie ich das jetzt hier mir gerade anschaue, indem du hier auf Segment gehst und sagst, du möchtest es segmentieren nach Netzwerk mit Suchnetzwerkpartnern. Dann bekommst du genau diese Aufschlüsselung für jede Kampagne. Wenn du nur eine hast, dann zeigt Google dir das nur für eine an. Wenn du mehrere hast, natürlich für jede davon. Immer dann, wenn dort mindestens eine Impression aufgelaufen ist. Und dann kannst du, wenn du möchtest, natürlich das auch noch für das gesamte Konto dir anschauen, wie das da aussah. Auch hier siehst du, ist das dann halt sehr viel prägnanter. Insgesamt sehe ich für das gesamte Konto 0,28% Klickrate. Wenn ich das aber aufschlüssele, dann sehe ich Google-Suche 4% Klickrate. Ist nicht super, ist aber natürlich sehr, sehr, sehr viel besser als das, was ich im ersten Moment sehe. Ja, ich hoffe, dass ich dir da so ein paar Tipps jetzt wieder mitgeben konnte und du ein bisschen mehr Klarheit auch über die Performance deiner Kampagnen bekommst. Wenn du da noch mehr Unterstützung brauchst oder wirklich gewisse Schwierigkeiten hast bei der Interpretation und der Optimierung bestimmter Dinge, dann melde dich gerne bei uns. Geh auf die Master of Search Seite oder schreib mir an christoph.master-of-search.de und wir schauen, wie wir dir am besten dann helfen können. Ja, dann hören, sehen wir uns spätestens in der nächsten Folge. Wenn du möchtest, lesen wir uns auch sehr gerne. Wenn du auf die Master of Search Seite gehst, findest du eine Anmeldemöglichkeit für die Newsletter. Da kriegst du nicht nur immer sehr authentische und immer auch mit viel Praxisbezug Geschichten erzählt, sondern immer auch dann ein Tipp dabei für das Thema Google Ads oder Google Analytics. Ja, also auch da, wenn du noch nicht dabei bist, kann ich dir das nur wärmstens empfehlen, mit in diesen Newsletter-Empfänger zu kommen. Gut, dann sind wir aber tatsächlich fertig mit dieser Folge und ich freue mich auf die nächste.